Das ist meine DJI FPV Brille, die jetzt nicht mehr richtig funktioniert. Ich kann sie nicht mehr vom DJI Drone in den FPV Modus umschalten. Das heißt ich kann sie nicht mehr in den Modus umschalten, so dass ich die dann hier mit einer Drohne fliegen kann. Hier zum Beispiel mit dem Vista Modul. Und das ist so passiert, dass ich meine Brille an Strom angeschlossen habe. Weil das Kabel hier kaputt ist. Das hört man. Geht aus, geht an, geht aus, geht an. Wenn man mehrmals das macht, dann denkt die Brille, dass die zu wenig Strom bekommt und schaltet automatisch in Drohnen Modus. Und dann kommt man nicht mehr zurück zu dem FPV Modus. Und das passiert genau in der Version 100606, die vor kurzem auch die aktuelle war. Und wenn ich versuche von DJI Drone in FPV Modus umzuschalten, dann fehlt einfach das Menü. Zum Glück hat DJI eine neue Version rausgebracht für die DJI Avatar. Und diese Version kann ich jetzt aufspielen und hoffe, dass ich das Menü wieder da habe, wo ich in DJI FPV Modus umschalten kann. Das nächste Problem was ich habe, das Update klappt nicht auf meinem Macbook. Also habe ich die FPV Brille an ein Windows PC angeschlossen und da klappte komischerweise das Update problemlos. Nun habe ich die aktuelle Version 0103 installiert und wie man sieht in der FPV Brille habe ich jetzt tatsächlich das Menü mit dem Flugmodell wechseln. Da kann ich wechseln zwischen drei Einstellungen. DJI Digital FPV System ist genau das, wo ich wieder zurück schalten kann, um wieder mit meinen Vista Modulen fliegen zu können. Jetzt prüfe ich noch, ob ich den WTF OS Root Kit nutzen kann. Hier sieht man, dass ich das WTF OS aktualisieren kann. Genauso kann ich das WTF OS Root Kit auf mein Vista Modul mit der Firmware 100608 aufspielen. Mit dem WTF OS System kann ich auf der DJI Brille BetaFPV OSD verwenden, wie man das hier in der Brille sieht. Sogar jetzt mit der neuen OSD farbigen Schriftart. Also auf viel Spass beim Fliegen.